Es geht darum, dass unsere Klubs diese gemeinsame Geschichte haben, also dieses Match aus dem Jahre 1900. Der DFC hat damals 8 zu 0 gewonnen, genau. Und es geht mir darum, ob wir nicht vielleicht da eine Neuauflage versuchen wollen. Jetzt, ja das müssten schon, also das sollten schon die ersten Mannschaften sein jeweils, genau. Das wäre schon gut. Ja, Sie überlegen sich das. Das wäre gut, prima. Das wäre toll, wenn das klappen würde. Ich glaube, das wäre auch wirklich ein gutes Match. Ja, alles klar. Gut, Sie melden sich. Wunderbar. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Tschüss.